Aua! Sie tun mir weh! Tut mir leid, Nefrau. Gut gewaschen ist die halbe Frisur. So, Spezialbehandlung. So, jetzt auswaschen. 60 Grad. Haargebäude richtig. Aua! Sie verbrühen mich ja! Tut mir leid, Nefrau, ja? Heißgespült ist immer die halbe Frisur. So, nur zurücklehnen, bitte. Hallo. Ohnmächtig. Mein Gott, ist die empfindlich. Oh! Ja, ja. Ja. Ich bin der Falle. Ja. Was ist die? Na, ich hatte. Oh, Mensch, ich bin der Falle. Ja, das ist das. Ja! Ja. Ja. So, Frau Butzbach, so, Frau Butzbach, jetzt sind wir wieder dran. So, wir gucken uns gemeinsam das Lockenköpfchen an. Bitte sehr. Was ist denn das? Das nennen Sie ein Lockenköpfchen? Ich weiß ja nur auch nicht. Sie haben kein Haarfest hier genommen. Das wird sein. Machen wir gleich noch mal. Der Haarfest hier vorne? Ja. Bitte sehr. Oh Gott, was haben Sie denn jetzt wieder gemacht? Bitte, 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 keine Panik, das haben wir gleich. Pass auf, ähm... Ich muss die Haare entsteifen. So, jetzt müssen wir die Haare noch mal waschen, ja? Aber keineswegs machen Sie das. Nein? Nein, Sie reichen mir. Schicken Sie mir bitte Ihre Kollegen. Jawohl, ja, ja. Ähm, äh, waschen Sie bitte, Frau Budsbach, die Haare. Ich mach hier weiter. Ich bin fast fertig, ich muss nur noch die Stirnlocken einlegen und föhnen. Na, ich mach das schon. Ja, doch. Ich mach das schon. Eins, zwei, drei. Jetzt nur noch föhnen, mit unserem Spezialföhnen. Da steckt Nachbinder, was? Aufhören! Sieht sie voll, die und was haben sie gemacht? Oh, Gott, Gott. Sie haben mir meine Haare verbrannt. Sie knallen Kopf... Oh, das hab ich nicht gemeint. Ich hab es nicht, ich hab es nicht gewollt. So, das reicht. Jetzt... Ich bin ganz sicher. Ha, ha, ha! 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 Ha, ha, ha!